Das sind die Rapper Peter, Florian und Simon. Morgen geben sie ihr bislang größtes und wichtigstes Konzert. Und zwar hier, auf einem eher traditionellen Festival. Denn Peter, Florian und Simon sind, genau wie das Publikum vor Ort, Sorben. Sie sind ein fast unbekanntes Volk, das mitten in Deutschland lebt. Trotzdem hat kaum jemand je von ihnen gehört. Sie wohnen fast ausschließlich in der Lausitz, einem Landstrich, der halb in Sachsen und halb in Brandenburg liegt. Die Jungs rappen auf Sorbisch. Das ist eine eigene Sprache, die man nur in der Lausitz spricht. Wir besuchen die drei in Bautzen, wo wir sie zwei Tage lang begleiten. Sie zeigen uns ihre Kultur, erklären uns, was Sorbisch sein bedeutet und bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Wird Rapmusik da gut ankommen? Immerhin gelten die Sorben als sehr traditionell. Sorbische Kultur wirkt auf den ersten Blick eher rückwärtsgewandt. Peter, Florian und Simon nennen sich Novadova zu deutsch Neue Zeit. Sie wollen die Dinger ein bisschen anders angehen. Ich würde es ganz gern mal versuchen automatisch zu übersetzen. Die Untertitel, die YouTube hier automatisch erzeugt, die machen irgendwie gar keinen Sinn für mich. Selbst Online-Übersetzer können uns nicht helfen. Hier gibt es zwar Serbisch, aber kein Sorbisch. Wir treffen Novadova beim Proben zusammen mit Sängerin Greta. Sie ist ebenfalls Sorbin. Die vier sprechen auch Deutsch, wie eigentlich alle Sorben. Aber sind Sorben eigentlich Deutsche? Also ich würde mich in erster Linie als Sorbe bezeichnen. Ich bin natürlich trotzdem deutscher Staatsbürger. Sorben verstehen sich als eigenes Volk. Ihre Vorfahren sind slawische Stämme. Die kommen vor etwa 1500 Jahren aus der Region nordöstlich der Karpaten nach Deutschland. Viele Ortsnamen wie Dresden, Leipzig oder Chemnitz gehen auf die sorbische Sprache zurück. Über Jahrhunderte entwickeln die Sorben eine eigenständige Kultur und Sprache. Doch während der Industrialisierung ziehen mehr und mehr Deutsche in die Lausitz. Später zwingen die Nationalsozialisten die Sorben, sich der deutschen Kultur anzupassen. Erst danach ist der Schutz der sorbischen Minderheit gesetzlich festgeschrieben. In der DDR werden deutsche Arbeiter in der Lausitz angesiedelt, weil dort Braunkohle liegt. Nach der Wiedervereinigung gibt es eine Volkszählung. 60.000 Sorben gibt es da nur noch. Sterben die Sorben etwa aus? Wir sind halt jetzt noch eine Zahl, wo was passiert, wo Kultur lebt. Sobald man als Sorbe einfach das versucht an seine Kinder und an die Jugend weiterzugeben, dann hat das auch einfach ein Bestehen. Wie passen sorbische Kultur und Hip-Hop zusammen? Die Sorben sind ein sehr freudiges Volk, ein sehr musikalisches und tänzerisches Volk. Da spielten eigentlich Musik und Tanz immer zusammen so eine Rolle. Florian oder Flo Jay produziert die Beats für Novadova. Auch für das neue Album, das sie morgen zum ersten Mal öffentlich spielen. Wie ist er zum Hip-Hop gekommen? Auch über sorbische Musik? Ich hab halt immer, ja früher schon die Videos gesehen von Rappern, das war für mich halt immer sehr cool. Aber jetzt bei dem Album, da gibt es auch ganz viele Einflüsse von der sorbischen Musik. Wir haben halt ganz viele alte Samples, die wir ausgegraben haben. Worüber rappen sie eigentlich? Peter zeigt uns ein Video. Mit der Band von meinem Onkel, Skopiner Astronaut, habe ich zusammen einen Song gemacht über Brunica, Traunkohle, was ein ziemlich vertracktes Thema bei den Sorben ist. Seit den 1920ern werden sorbische Dörfer für den Kohleabbau abgerissen. Es wurden um die 100 sorbische Dörfer abgebaggert und davon haben sich manche Regionen, vor allem die Mittellausitz, nie erholt. Bei den Sorben gibt es ein altes Sprichwort. Gott erschuf die Lausitz, aber der Teufel hat die Braunkohle unter ihr vergraben. In einem Bautzener Biergarten treffen wir Freunde von Florian, Peter und Simon. Sorbisch ist unterteilt in Obersorbisch, das dem Tschechischen ähnelt, und Niedersorbisch, das mit dem Polnischen verwandt ist. Hier sprechen alle Obersorbisch. Seid ihr ohne Deutsch aufgewachsen? Ja, wirklich nur Sorbisch. Als Muttersprache zu Hause, nur Sorbisch gesprochen, in der Kirche Sorbisch, im Dorfladen Sorbisch. Dann muss ich den Leuten immer erklären, dass ich Deutsch tatsächlich erst in der zweiten Klasse in der Schule gelernt habe. Deutsche, die Deutsch als Fremdsprache lernen? In der Lausitz ganz normal. Wir wollen mehr erfahren. Peter nimmt uns mit zum Sorbischen Schulzentrum. Kann man hier alle Fächer auf Sorbisch belegen? So und so ist es fächerabhängig. Wenn man zum Beispiel einen Sorbischen Lehrer hat, dann macht man auch mal Geschichte Sorbisch, dann macht man auch mal Mathe Sorbisch. Deutsch ist hier eher eine Seltenheit. Wir hatten auch eine Sorbische Deutschlehrerin, die musste uns dann immer so ermahnen, ja, jetzt wird aber mal Deutsch geredet. Ja, das war ganz lustig. Jetzt studiert Peter in Leipzig und damit außerhalb des Sorbischsprachigen Gebiets. Als Sorbe fällt man da manchmal auf. Also wenn ich dann mal mit jemandem rede, mich unterhalte mit meinen Sorbischen Freunden, dann gucken die Leute schon manchmal so ein bisschen, aber ja, mit Sorbisch können die meisten halt nicht so richtig was anfangen. Die denken dann so, ja, vielleicht ein Tschecher, vielleicht ein Pole. Nicht nur Sprache ist wichtig für die Sorgen, sondern auch Religion. Rund um Bautzen sind die meisten Sorgen Katholiken, auch Peter. Bei uns ist schon der, sag mal, Anteil derjenigen, die auch wirklich aktiv in Glauben leben, wahrscheinlich höher als anderswo. Mindestens einmal pro Woche geht Peter in die Kirche. Anders als oft bei Deutschen sind auch die Jungen in der Kirche sehr aktiv. Hier zum Beispiel war ich Ministrant in der Kirche oder jetzt in meiner neuen Pfarrgemeinde bin ich zum Beispiel Osterreiter. Und Osterreiter sein ist eine große Ehre. Denn Ostern ist der wichtigste Feiertag der Sorgen. Da ziehen die Osterreiter in Tracht von Ort zu Ort, um Jesu Auferstehung zu verkünden. Zu dieser Zeit kommen besonders viele Touristen in die Lausitz auch, um handbemalte sorbische Ostereier zu kaufen. Sorbische Fronleichnamsprozessionen ziehen ebenfalls viele Zuschauer an. In Bautzen fällt uns auf, hier ist alles zweisprachig. Denn Bund und Länder setzen sich dafür ein, die sorbische Sprache zu erhalten und anerkannte Minderheiten zu schützen. Davon gibt es in Deutschland vier. Friesen, Dänen, Sinti und Roma sowie Sorgen. Die haben übrigens auch eine eigene, sehr traditionelle Küche. Es wird viel Regionales verarbeitet, etwa Leinöl, Fisch, Meerrettich und Beeren. Wir besuchen ein sorbisches Restaurant. Wirtin Monika bedient Stil echt in sorbischer Tracht. Ehemann Thomas steht in der Küche und kocht. Was hast du jetzt nochmal genau bestellt wieder? Ich hab mir das sorbische Hochzeitsessen bestellt. Das ist Rinderfleisch mit Meerrettich und dazu gibt's dann Kartoffeln, Brot. Daisee Zeswojimchi. Daisee Zeswojimchi. Fast perfekt. Lass es dir schmecken. Zum Hochzeitsessen gibt es sorbische Hochzeitssuppe aus Rinderbrühe mit Eierstich, Fleischklöschen und Gemüse. Zum Nachtisch alt Bautzener Holunder-Kaltschale, eine Quark-Mousse handgemacht von Chefkoch Thomas. Und wie schmeckt's? Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Inzwischen sind noch mehr Freunde dazugekommen. Wirklich gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Matthias versteht nur noch Badenhof. Am nächsten Tag fahren wir nach Kostwitz, ein kleines sorbisches Dorf außerhalb von Bautzen. Überall stehen sorbische Kruzifixe. Wir sind etwas früh dran. Hier findet später die größte sorbische Party der Welt statt. Von der Atmosphäre ist es wirklich ein genialer Abend. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist der Höhepunkt. Da kommen sehr viele Leute zusammen. Die sind alle wieder da, jung und alt. Abseits der Bühnen sehen wir nur wenige in Tracht. Klar, die moderne Welt geht auch an den Sorben nicht vorüber. Fehlen nur noch die ersten sorbischen Rapstars. Der Auftritt von Novadova rückt näher. Sind Sie schon aufgeregt? Ja, also etwa schon. Aber jetzt geht, also es geht noch. Ob Rapmusik hier gut ankommt? Also nur Tradition, das reicht nicht. Es muss auch modernes was kommen. Sollen sie ruhig machen, damit die Jugend auch noch zu der sorbischen Sprache und der Kultur eben halt noch eine Beziehung aufbauen kann. Ich weiß das von jungen Leuten, dass die da draufstehen und abwahren wie sonst was. Rap und Sorbisch? Hab ich noch nicht gehört. Werden wir uns anhören. Die Nervosität steigt. Wie kommt der Rap auf Sorbisch bei den Leuten an? Ein fast unbekanntes Volk mitten in Deutschland. Die Sorben. Damit ihre Kultur nicht ausstirbt, wollen Peter Florian und Simon die Jugend mit ihrem Rap auf Sorbisch für sich gewinnen. Rap und Sorbisch? Hab ich noch nicht gehört. Werden wir uns anhören. Gleich ist es soweit. Dann kommen sie auf die Bühne. Und wie. Nova Dobba heizt dem Publikum in Kostwitz gehörig ein. Der Auftritt war ein voller Erfolg. Die ersten Fans warten schon darauf, Autogramme zu bekommen. Auch Reporter Matthias ist begeistert. Ich hätte nie gedacht, wie geil Rap auf Sorbisch ist. Ich habe keinen Ort verstanden. Aber die Crowd ist mega abgegangen. Frontmann Peter ist zufrieden. Man hört es wahrscheinlich daran, wie heißer ich bin. Also es war einfach geil. Und wer weiß, vielleicht war das ja sogar die Geburtsstunde der ersten sorbischen Superstars.